Okay, wir müssen echt gut aufpassen jetzt. Soll das die Sonne sein? Warum bewegt die Sonne sich? Ich hab keine Ahnung. Egal. Lassen wir die Sonne mal bewegen. Aha! Oh, das ging ja sehr gut. Es tut mir sehr leid, Hase. Aber du bist nur virtuell. Du hast keine Gefühle. So, wie komm ich denn da jetzt wieder hoch? Wow! Ich war zu schnell. Ich bin in den Felsen gelaufen. Aber es passiert, wenn man es eilig hat. Das ist euch bestimmt auch schon mal passiert. Ähm, wow, das ist ein bisschen arg schnell. Wow, Mann. Muss ich mich erst mal dran gewöhnen hier. Ja, ich, ich hör sie, aber ich weiß nicht. Da. Hier ist auf einmal kein Schnee mehr. Wo sind die denn? Nicht blöd? Ich bin doch echt doof. Sag mal, wo sind die denn? Die sind aber gut versteckt. Ja, ich hör die, aber ich seh... Ah, da. Hier. Stürzt euch drauf. Alter, da ist die Kamera. Ist das euer fucking Ernst? Ihr habt immer Hunger? Ja, ich hol ja noch was. Mensch. Was ist denn? Ah, okay. Das Rote heißt immer das... Okay. Ich weiß nicht, was diese Schneeflocke da eben bedeuten sollte. Bis jetzt ist das Vieh weg. Aha. Da ist eine ganze Horde. Aua, voll um die Felsen geknallt. Aua. Boah. Also jagen macht schon Spaß, aber die Steuerung, die Lenkung ist irgendwie nicht ganz so gut. Ich hab das Vieh doch eben gerannt, Mensch. Ist das nicht tot? Ich will jetzt auch nicht unnötig Tiere töten und die hier liegen lassen, weißt du? Okay. Speichern. Hä, ich hab das doch jetzt gekriegt, Mensch. Wo ist denn das? Ach, da. Ah, ist aber schlecht zu erkennen. Okay. Okay, okay. Jetzt verstehe ich, warum da so ein Riesenbaum ist. Weil ich sonst den Baum nicht mehr wiederfinde. Okay, ich darf hier nicht so rennen, sonst laufe ich da wieder dran vorbei. Ich würde gerne schneller gehen, einfach. Anstatt zu rennen. Da. Bon Appetit. Ah, jetzt sind sie satt. Nacht. Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Habt ihr da noch Hunger oder was wollt ihr von mir? Was wollt ihr denn von mir, Mensch? Was wollt ihr? Habt ihr immer noch Hunger? Boah, ihr seid so verfressene Bieste, ey. Ich guck mal eben. Ich geh ein bisschen auf Entdeckungstour. Ich hoffe, dem passiert nichts. Ich denke mal, da ist ein Schneegebiet. Das Berggebiet. Was ist das? Hier ist mein Zuhause. Sind da vielleicht noch andere Luchsen? Das sieht so aus, als wären da noch andere Luchse, ne? Ich geh mal ein bisschen auf Entdeckungstour. Ach ja, wir haben jetzt neuerdings, äh, übrigens auch Ausdauer. Das heißt, wir können nicht nonstop laufen. Da ist der Wald. Da hinten. Ach, das heißt, dass unsere Babys zeigen. Also, da hinten ist der Wald. Ach so, können wir schleichen. Ah, alles klar. Sehr gut. Nimm' wir den mit. Und hier ab zu den Welpen. Aua. Mir schlecht, Alter. Äh, wo sind denn die jetzt? Da, ihr viel Klasse. Jetzt esst, Mensch. Wahrscheinlich haben die noch mehr Hunger. Ich bin mir jetzt mir sicher, dass, äh, dass sie ne Story hat. Ich weiß nur nicht, wie die Story aussieht. Ob wir jetzt die ganze Zeit nur Essen jagen müssen. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß auch nicht, wann die größer werden. Mist, scheiße, die haben jetzt viel mehr. Was, ihr sollt nicht mit... Komm. Warum kommen die auf einmal mit? Nee, jetzt haben wir wieder das gleiche wie bei Shelter, Alter. Oh, die schnurren so süß. Geht wieder in den Baum, Mensch. Das ist voll gefährlich. Geht wieder in den Baum. Man kann die, glaube ich, nicht zu... Äh, was zur... Ist das ne Wolke oder ist das ne Adler? Ich hab jetzt ne Adlerparanoia. Seit Schälter 1. So. Äh, ich glaube, hier sind Feinde. Oder? Kann das sein? Warte mal. Ich kann die Kamera irgendwie nicht drehen. Das ist total nervig. Aber ist doch eingestellt. Ach, ich hab... Ich hab links. Ach, dann ist ja kein Wunder, dass es nicht geht. Ich stelle es mir eben ein. Mache links. Hä? Nein! Wieso geht denn das nur left? Hier ist... Achso. Jetzt, jetzt. Ja, entschuldigen. Nein, warte mal. Abwärts. Zack. Rechts. Jetzt muss es gehen. Jetzt sollte es funktionieren. Okay. Oh ja, endlich. So ist besser. Ähm. Okay. Ich glaube, das sind einfach nur Wolken. Komische, gruselige Wolken. Und wir durchsuchen mal die Gegente. Huch. Und... ... Left bumper. Left links. Okay. Ah, unsere Collectibles. Was ist das da oben? Schädel? Müssen wir Schädel sammeln? Drei Mal. Achso. Unsere Beute wahrscheinlich, ne? Äh. Das heißt, dass links dreimal sind wahrscheinlich Hasen. Können wir wahrscheinlich noch Rehe oder so jagen? Und rechts könnten Mäuse oder Eichhörnchen oder so sein. Ach du heilige Scheiße. Wie viel müssen wir denn bitte sammeln? Was ist denn das Rote da unten? Der Großzeiger nervt voll. Komm hier mal weg. Okay, das können wir alles sammeln. Ach da, in den Bergen können wir das wohl sammeln. Ich hab keine Ahnung. Das müssen wir alles noch selber rausfinden, glaube ich. Okay. Äh, was bedeutet das Herzklopfen? Nichts Schlimmes, glaube ich. Okay, gut. Ich muss ja wissen, wann Feinde in der Nähe sind, ne? Nicht, dass wir irgendwie sterben tun. Scheiße. Oh, oh. Och, das ist doch Kacke. Nein, da hat jetzt eins schon weggerollt. Was ist das denn für eine Kacke hier jetzt? Man kann sich... Wo soll ich mich denn verstecken? Hä, ich kann mich hier null verstecken? Hm. Hier? Ja, toll. Es war eben... Oh, guck mal, Zweig. Äh, wie kann ich das... Magic. Okay, es macht so Blitze, wenn ich das aufsammle. Okay, ja, scheiße, ne? Eins hat er jetzt gerade weggeholt. Ich konnte mich irgendwie nicht verstecken. Es ist da echt... Es ist, äh, es ist schwieriger als... Äh, egal. Wir können uns ja vermehren hier. Ich weiß nur nicht wie. Keine Ahnung. Hauptsache, wir kriegen einen durch. Es ist, äh, mit dem Verstecken. Ich dachte, vielleicht kann man sich in den Busch verstecken, aber... Irgendwie... Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber hier kann man sich doch verstecken, ne? Ich hab keine Ahnung. Weil man... Man kriegt ja nichts an die Hand. Gar nichts. Was war das denn? Huhn? Ist ja irgendwie wilde Hühner oder so. Hä, was war denn das für ein Geräusch? Okay, wir sammeln hier irgendwelche komischen Dinger. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Aha, da ist ein Hesel. Toll, wo ist der? Au! Ja, haut rein hier. Da. Ja, du auch. Ihhh, die sind blutverschmiert. Das ist ja eklig. Kann man den jetzt einsammeln? Ja, ah, okay. Na, aber ist was lecker? Hm, 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 was lecker? So. Was sind das hier noch? Okay, ich hab noch irgendwas gesammelt. Da ist ein Pilz. Ich glaub immer, wenn Herzklopfen ist, ist es ein Feind in der Nähe. Also da müssen wir aufpassen. Aber ich hab das mit dem Verstecken noch nicht so raus, muss ich sagen. Das verstehe ich noch nicht ganz, wo wir uns genau verstecken können. Geh. So. Ciao.